Oder? Na ja, vereintet. So was ähnliches. Wir spielen nun ein Stückelein von der grünen Insel. Ein Stückelein aus Irland von einem... Ja ja, von einem kleinen Mädchen aus Irland. Und zwar war es so, dass damals in einem kleinen Dorf in Irland, einem Dorf namens Greencastle, ein Mädchen wohnte. Sie war wunderschön anzuschauen. Sie hatte rote Haare. Sie hatte eine wunderschöne Figur, einen tollen Charakter, wie man so schön sagt. Und dieses wunderschöne, bizarre Geschöpf war von früh bis spät rotzbesoffen. Und sie hatte einen... Ja ja, genau. Sie hat es teilweise nicht mal die 500 Meter vom Park bis nach Hause geschafft. Lag im Straßengraben. Da kamen wir als Spielleute vorbei. Sie haben uns das angeschaut, wie sie da so wehrlos liegt. Und auch spontan gesagt, jetzt müssen wir richtig in den Graben, um mal mit ihr Schach zu spielen. Ja, aber das hübsche Mädchen aus Irland hatte ein Problem. Sie roch sehr stark. Deswegen ist uns am armen Didi beim Schachspiel der Turm umgefallen. Da hat er seinen Schach halt dann allein zu Ende gespielt. Hey, liebe Kinder, passt auf, wer Schach allein zu Ende spielt, der Blinde bekommt krumme Finger. Jedenfalls haben wir darüber ein Stücklein geschrieben. Der Text wurde uns zensiert und es heißt... Jehoh! Ja! Das war's. 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 So, wir bleiben gleich in Irland.